Hier Talk 56, ich grüße Sie. Der Wahlkampf um den Landratsposten im Landkreis Main-Koblenz ist in vollem Gange. In guter alter Tradition treffen wir uns an diesem Mittwoch wieder in unserem Kommunalwahlstudio. Und ich bin nicht alleine hier, ich habe natürlich wieder einen Gast an meiner Seite. Und weil aller guten Dinge drei sind, steht heute Marco Boos von der SPD neben mir. Hallo Herr Altmaier. Herzlich willkommen Herr Batzjong. Marco Boos ist 48 Jahre alt. Er wohnt in Nickenich. Er ist Vater von vier Kindern. Die sind im Alter von neun bis 15. Er hat also zu Hause ordentlich zu tun. Er hat aber trotzdem noch genug Energie für die Kommunalpolitik, in der er seit 2007 aktiv ist, für die SPD. Er saß zum Beispiel von 2009 bis 2019 im Verbandsgemeinderat Pellenz. Und der Mann hat ganz viele Berufsausbildungen. Er hat Bürokaufmann gelernt, ist dann aber in die Jugendhilfe gegangen, ist Supervisor, Mediator, Kinder- und Jugendtherapeut, also ganz breit aufgestellt. Er ist zum Beispiel Direktor des Bernhardshofs in Main. Das ist ein Kinderheim für ca. 120 Kinder. Und den Bernhardshofs hat er in den letzten Jahren umgekrempelt. Er blickt zurück auf eine schon stattliche Karriere in der kommunalen Politik. Er war Stadtratsmitglied in Neuwied, hat im Kreistag gesessen und ist seit 2022 hauptamtlicher Kreisbeigeordneter des Landkreises Main-Koblenz. Und nun kandidiert er für die CDU, die FDP und die Grünen für den Posten des Landrates. Sie sind 45 Jahre alt, wohnhaft in Koblenz. Sie arbeiten im Vertrieb der Debiker und als Fraktionsgeschäftsführer der Landtagsfraktion der Freien Wähler in Mainz. Sie haben viel Erfahrung in der Kommunalpolitik. Sie sind seit knapp 30 Jahren aktiv. Sie haben angefangen, haben Sie mir erzählt, 1998 schon beim Bundestagswahlkampf mit dem Slogan Lieber die Birne schälen statt wählen. Wir haben also bei den Jusos damals aktiv mitgewirkt, sind aber schon lange. Und zwar seit 25 Jahren im Stadtrat, auch in Koblenz und mittlerweile eben bei den Freien Wählern aktiv. Sie möchten jetzt aufrücken von der Nummer 2 auf die Nummer 1 sozusagen in Ihrer Behörde. Das Schöne ist ja, dass unser jetziger Landrat Dr. Alexander Saftig 16 Jahre ja wirklich hervorragende Arbeit geleistet hat. Wenn wir jetzt vertrauensvoll zusammenarbeiten und aus dieser Position heraus die Chance zu bekommen, quasi in seine Fußstapfen zu treten und dann die erste Position im Landkreis quasi zu verantworten, da habe ich große Freude dran. Da freue ich mich drauf und deshalb setze ich mich auch dann für die Zukunft unseres Landkreises ein. Es ist natürlich so, wenn Sie Politik mit Leidenschaft und Herzblut machen, dann reizt es natürlich auch, sich für ein kommunales Hauptamt zu bewerben, weil im Ehrenamt ist immer so eine Glasdecke da, da sticht man dann nicht durch, da trinkt man nicht mehr durch, ob man Kreistagsmitglied ist oder Stadtratsmitglied, weil dann die Verwaltungsebene natürlich die Dinge umsetzt. Und da möchte ich gerne hin, also für die Bürgerinnen und Bürger in Main, Koblenz, ein Landrat für alle sein, der dann eben auch die Themen angeht und umsetzt und nicht nur darüber redet und Entscheidungen vielleicht mit befördert durch Antrag im entsprechenden Gremium, sondern tatsächlich sagen, jetzt bin ich in Verantwortung für die Mitarbeiter, für die Bürger, für den Landkreis und deswegen stelle ich mich zur Wahl am 9. Juni. Ja, ich glaube, dass wir im Kreishaus eine Veränderung benötigen, weil ich fest davon überzeugt bin, dass die Wertschätzung aktuell von der Kreisspitze oder insgesamt von der aktuellen Situation im Kreishaus nicht so ist, dass die Mitarbeiter auf jeder Position so gewertgeschätzt werden, wie sie gewertgeschätzt werden sollten. Die Ausstattung der Abteilungen oder auch der Büros, die Ausstattung für die Mitarbeiter, könnte man sehr verbessern. Wir haben eine sehr hohe Fluktuation im Kreishaus und das liegt meistens auch immer daran, nicht weil ich zu wenig Geld bekomme oder weil ich mit irgendeiner anderen Sache unzufrieden bin, sondern meistens liegt es daran, dass ich mit meiner Führungsperson unzufrieden bin, dass ich nicht gefördert werde, dass ich nicht das machen kann, was ich gerne möchte. Und ich glaube, dass wir in der heutigen Zeit die Mitarbeiter unterstützen müssen. Wir müssen sie selber arbeiten lassen. Das sind eigene Profis, sind sie schon. Die müssen auch wie Profis behandelt werden und sollen das auch tun. Und ich glaube, das ist die Zukunft, dass wir im Team gemeinsam für eine Einrichtung, für eine Kreisverwaltung oder für eine Firma arbeiten und die Mitarbeiter mitnehmen. Wir müssen das zusammen machen, flache Hierarchien. Und dann habe ich auch Lust, mich zu identifizieren mit meiner Einrichtung, mit meinem Betrieb oder mit meiner Verwaltung. Und in diesen Bürgersprechstunden säßen Sie da auch selber? Natürlich. Also darum geht es ja dann, dass dem Landrat gesagt wird, also Junge, das mit der Müllabfuhr funktioniert nicht oder hier beim ÖPNV, da haben wir im Landkreis große Probleme oder einfach die normalen Alltagsdinge, die dann vielleicht gar nicht so im Kreishaus in Koblenz aufploppen, weil das irgendwie so unter dem Radar ist. Und da möchte ich gerne hin, mit den Menschen reden und dann auch die Dinge verlässlich nacharbeiten lassen im Kreishaus von den entsprechenden Abteilungen, die dafür zuständig sind oder schauen, wie kann ich vielleicht auch Menschen miteinander vernetzen. Weil das ist auch Aufgabe eines Kommunalpolitikers, Verbindungen herstellen zwischen Leuten, die sich vielleicht noch nicht kennen, um dann Projekte möglich machen zu lassen. So lebe ich seit 1999 das kommunale Ehrenamt, dass ich Menschen zusammenführe und sage, du hast eine tolle Idee, der kann es mit dir umsetzen, komm wir machen das zusammen. Habe ich beispielsweise beim Döppelkorefest in Koblenz gemacht, da kamen zwei mit einer tollen Idee. Ich habe dann schon im Hinterkopf gehabt, so und so und so könnte man es umsetzen. Letzten Endes gab es dieses Fest dann tatsächlich über viele Jahre auf dem Münzplatz und da haben wir das heimische Brauchtum gefeiert und den heimischen Döppelkoren geehrt. Ich bin auch oft selber bei so Mittagstischen dabei, weil ich auch mit den Menschen, die in Austausch kommen will, was sind denn eure Bedürfnisse? Ich will das ja nicht vom Schreibtisch aus planen, sondern wirklich von den Menschen selbst erfahren und die auch daran beteiligen, was ihre Bedürfnisse sind. Auch in dem Zug haben wir jetzt ein neues Projekt im Landkreis auf die Schiene gesetzt, in dem wir durch die Verbandsgemeinden und Städte wandern und Workshops und Projektgruppen eingerichtet haben, um ganz konkret auch mit den Betroffenen ins Gespräch zu kommen, zu sagen, was ist denn euer Bedarf, damit ihr auch im Alter zufrieden seid im Main-Koblenz und was können wir dann auch als öffentliche Hand dazu beitragen. Natürlich muss man auch etwas führen, aber trotzdem haben wir ein großes Mitspracherecht und wir hören uns die Meinungen an und versuchen dann auch, diese Meinungen zu bündeln und zu gucken, was passt für uns, was können wir gut machen und gemeinsam dann den Weg zu gehen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also immer nur einer, der irgendwas vorgibt, über die Köpfe von anderen ist sehr schwierig. Und ich glaube, so führt man nicht mehr und so geht das auch nicht mehr. Wichtig ist mir vor allem, dass man den Landkreis in die Zukunft trägt, indem man auch weiß, was für Ziele hat man eigentlich. Und Ziele kann man nicht alleine formulieren. Also auch der Landrat, das ist keine One-Man-Show, sondern man braucht ein starkes Team, zum einen in der Verwaltung. Aber was ich auch in den letzten zwei Jahren in meinen Co-Pens festgestellt habe, dass wir unglaublich viel Know-how und gute Ideen auch in der Bürgerschaft haben, bei den Unternehmerinnen und Unternehmern. Und deshalb sage ich, wir müssen uns eine starke Marke Mück, wie ich es immer wieder nenne, quasi selber geben, um zu wissen, was ist unser Leitbild, um dann auch gemeinschaftlich die richtigen Maßnahmen in die Wege zu leiten, um diesem Ziel auch näher zu kommen. Und die Ziele, die sind natürlich in der Kommune oft recht ähnlich. Das ist das Thema der Generationengerechtigkeit, der wirtschaftlichen Entwicklung in unserem Landkreis, aber natürlich auch das Thema Digitalisierung oder Ehrenamt. Das sind so wichtige Bausteine, die wir in die Zukunft tragen wollen und in manchen Bereichen vielleicht auch noch besser werden wollen, als wir schon sind. Ja, letzten Endes die Region 56. Die Unternehmer haben uns ja vorgemacht, der Politik, dass sie gesagt haben, wir gründen eine Initiative Region 56, einfach um für den Wirtschaftsstandort hier in Koblenz und der Region mit dem Landkreis Main-Koblenz, Landkreis Neuwied, Landkreis Westerwald, auch als wirtschaftlich starker Landkreis, so wie Main-Koblenz, tatsächlich die Attraktivität nach draußen zu bringen. Und die Politiker haben oftmals das Problem, dass sie von Wahl zu Wahl und damit auch von Kirchtum zu Ortsschild denken und nicht darüber hinaus. Und wenn wir gegen die Großregionen Rhein-Main und Köln-Bonn bestehen wollen, als Region 56, dann muss das auch von einem Landrat ausgehen. Dass der Landrat sagt, Mensch, Kollegen, wir setzen uns mal zusammen, wo sind die Probleme, beispielsweise Unterfinanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs durch die Landesregierung, wie können wir da zusammen gegen Mainz zu Felde ziehen? Oder wir haben zusammen eine gute Idee, wie können wir die gemeinschaftlich umsetzen? Und letzten Endes muss man auch den Mut haben, einmal einen Kollegen zu beglückwünschen, wenn er eine gute Wirtschaftsansiedlung macht, wenn das Arbeitsplätze bzw. wohnortnahe Arbeitsplätze für Menschen im Landkreis bedeuten, dann ist das vielleicht auch eine Win-Win-Situation. Und da spielt das Parteibuch vielleicht auch nicht immer die größte Rolle? Das Parteibuch darf keine Rolle spielen. Es geht immer um die Region, um unsere Heimat, die wir bestmöglich gestalten wollen. Und da wäre ich gerne dann die Triebfeder oder die Lokomotive, die vorne rangeht, weil das fehlt mir ein bisschen in der aktuellen Landrats- und Oberbürgermeisterpolitik. Sie haben auch im Vorgespräch gesagt, es braucht einfach mal wieder einen neuen, frischen Wind im Kreis. Ein Ruck, ja. Ja, es sind natürlich, manchmal ist man festgesetzt oder festgelegt und es ist immer die gleiche Situation. Und wir haben im Kreis, das ist meine Meinung, da gehen mehrere noch mit, aber ich möchte ja gerne meine Meinung äußern. Wir haben eine Parteipolitik. Es wird sehr viel nach dieser Partei geführt und man muss in gewissen Situationen oder in gewissen Positionen sollte man in dieser Partei sein, um etwas zu werden. Und es ist nicht das Prinzip auf Augenhöhe, nicht das Prinzip auf Leistung. Und das sollte einfach herrschen. Man sollte nach Leistung und auf Augenhöhe befördert werden oder bestimmte Positionen kommen. Und das passiert dann nicht. Es wird eine Politik geführt, die hauptsächlich in die Richtung geht, so wie die es die Parteipartei gerne hätte. Andere Parteien, wir haben ja viele Parteienlandschaften bei uns auch im Kreis, mein Kopen, sie werden nicht gesehen, interessiert auch nicht, was sie sagen und für die wird auch nicht gearbeitet. Und das müssen wir ändern. Wir müssen auch mit allen Parteien zusammenarbeiten. Wir müssen gemeinsame Wege gehen, um den Kreis nach vorne zu bringen. Das funktioniert nicht nur, wenn man seine sture Haltung nach vorne bringt, sondern wir müssen alle Wege gehen, damit das bei den Bürgerinnen und Bürgern auch ankommt. Und was das Parteibuch angeht, ist es ja auch so, dass die Freien Wähler nicht für den Kreistag eine Liste aufstellen werden. Und somit wären sie quasi, wenn sie zum Landrat gewählt würden, überparteilich tätig. Für die einen ist das, die sehen das eher als Nachteil und sie würden das wahrscheinlich eher als Vorteil sehen, oder? Also das ist ganz klar ein Vorteil. Ich habe keine Bindung zu einer der Kreistagsfraktionen, der zukünftigen. Insofern kriege ich von denen auch keine Aufgaben oder Zuteilungen, Direktiven, wie das vielleicht bislang der Fall war im Kreistag Main-Koblenz, dass dem Landrat gesagt wurde, das und das darfst du tun, das und das musst du lassen. Das ist auf jeden Fall etwas, was auch die Qualität, glaube ich, der Arbeit des Kreistages stärken kann. Wenn ich als Landrat mir Mehrheiten suchen muss und im Dialog mit allen Fraktionen, die im Kreistag vertreten sein werden, das Beste für den Landkreis Main-Koblenz dann raushole, im Sinne von, bei der Vorlage ist vielleicht mehr eine konservative Mehrheit zu finden, bei der Vorlage vielleicht dann eher eine liberal-links-grüne, je nachdem, worum es denn beim Thema geht. Und ich halte nichts von festen Koalitionen auf kommunaler Ebene, weil es gibt nicht den roten Sportplatz oder den grünen Kinderspielplatz oder die schwarze Wirtschaftsförderung, sondern das ist ja etwas, was wir für die Bürgerinnen und Bürger im Kreistag im Ehrenamt machen und dann auf der hauptamtlichen Ebene als Landrat beziehungsweise Kreisbeigeordneter. Und das war, glaube ich, auch ein Grund, warum Sie damals aus der SPD ausgetreten sind, weil diese Fraktionszwänge Ihnen nicht gefallen haben, richtig? Es war auch sicherlich das Thema Fraktionszwang, aber auch insbesondere das Thema, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Ich lebe Kommunalpolitik und Politik grundsätzlich immer, dass ich Probleme erkenne, sie lösen möchte und dann darf nicht es heißen, ah, das ist aber jetzt ein schwieriges Thema, das dürfen wir nicht ansprechen oder da machen wir uns keine Freunde mit, wenn wir das angehen. Ich möchte Probleme lösen und das auch als Landrat in meinen Koblenz und deswegen trete ich da an. Ein weiteres großes Thema ist Digitalisierung. Die Zeit rast und die Entwicklung, Stichwort KI, das geht immer schneller. Und ja, da hinken wir in Deutschland ein bisschen hinterher. Ich glaube, das kann man ganz offen so sagen, dass wir in Deutschland sicherlich hinten anstehen, aber ich habe Ihnen gesagt, ich bin zuständig für den Geschäftsbereich Smart Region Mück 10. Das Projekt ist ein Bundesprojekt, was uns in meinen Koblenz eine einmalige Chance bietet, weil alles, was Digitalisierung hat, kostet auch Geld. Natürlich. Und das Projekt bietet uns rund 17,6 Millionen Euro, um diese konkret auch in Digitalisierungsprojekte zu stecken. Und wir haben jetzt eine zweijährige Konzeptionsphase hinter uns mit unserem Büro und ganz viel Bürgerbeteiligung. Denn auch da ist es mir wichtig zu sagen, was wollen denn die Bürgerinnen und Bürger überhaupt im Bereich Digitalisierung? Das ist nämlich für mich immer auch zweiseitig. Zum einen Digitalisierung der Verwaltung ist ein Bereich, um am Ende auch wieder einen Mehrwert für die Bürgerinnen und Bürger zu schaffen, was digitale Antragsverfahren angeht. Auch da sind wir mit dem Land Rheinland-Pfalz zusammen auch in vielen Pilotprojekten schon drin, was digitale Antragsverfahren angeht. Aber auf der anderen Seite ist es immer ganz wichtig, die Bürgerinnen und Bürger auch klarzumachen, was habe ich denn selber für einen Mehrwert durch Digitalisierung? Denn Digitalisierung, um das Digitalisierungswillen, damit ist uns ja nicht geholfen. Und da haben wir jetzt die ersten Projekte auch quasi realisieren können. Beispiel digitale Hochwasserpegel-Messstände. Oh, sehr wichtig. Genau, also wir wissen alle, was für eine Katastrophe natürlich im Ahrtal passiert ist. Von so einer Jahrhundertkatastrophe möchte ich jetzt gar nicht sprechen, sondern Hochwasserschutz ist auch ein ganz wichtiges Thema, was über wieder Landkreisgrenzen hinaus bei uns gelebt wird. Und so digitale Möglichkeiten bieten einfach eine frühzeitige Warnmöglichkeit. Oder ein Beispiel vielleicht noch, damit man sieht, was Digitalisierung für den Menschen bedeutet. Der Amtomat, der bei uns jetzt in Main-Koblenz als erstes in der Vordereifel eingeführt wurde, aber jetzt auch noch in weiteren Verbandsgemeinden errichtet wird. Und was ist ein Amtomat? Im Prinzip sage ich immer, wie ein digitaler Paketautomat, den wir vielleicht von manchen Parkplätzen kennen, wenn wir wieder online was geshoppt haben, wo wir dann hingehen und unsere Nummer eingeben und die Box aufspringt. So läuft das hier. Es bringt ja nichts, wenn der ganze Kreis digitalisiert ist, aber trotzdem das Kreishaus nicht fähig ist, diese Digitalisierung anzunehmen. Und da müssen wir bei uns schauen, dass das Kreishaus voll digitalisiert ist, dass wir beispielsweise, wie es in Trier ist, einen Bauantrag auch digital stellen können. Das klappt nämlich bei uns nicht. Bei uns dauert das sieben Monate. Gut, das liegt auch daran, dass wir sehr unterbesetzt sind in der Kreiserwartung allgemein. Aber wir müssen auch in unseren Digitalisierungsabteilungen dafür Sorge tragen, dass wir gut ausgestattet sind und dass wir Themen angehen, die für die Menschen auch alle betrifft und wo es auch sinnvoll ist, dass wir daran drangehen. Und nicht irgendwelche Programme machen, die zwar gefördert sind vom Land, aber die eigentlich totaler Kappe sind, die braucht kein Mensch, die unnötig sind. Und das bringt erstens die Menschen nicht weiter, zweitens kostet es Geld. Und nur um irgendwelche tollen Zeitungsartikel zu schreiben, was wir tolles gemacht haben, bringt uns das nicht. Also wir müssen schon gucken, was ist sinnvoll, was kommt bei den Menschen an und wie können wir das leisten. Dann kommen wir, Herr Boos, zu guter Letzt noch zu unserem Fragenhagel. Und am Ende eine ketzerische Frage für den Landrat des Kreises Main-Koblenz. Stadt oder Land-Dorf? Landkreis. Landkreis. Landkreis, ja. Sehr gerne auf dem Land, aber ohne die Städte geht es auch nicht. Beides hat seine Qualitäten. Ich bin ein Stadtkind, aber auch gerne in der Natur unterwegs und würde jetzt sagen, dass dieser Landkreis alle Schönheiten hat. Land, Stadt, Dorf, Eifel, Rhein, Mosel. Also das Beste, was die Bundesrepublik zu bieten hat.